willkommen bei profischnapp.de heute zeige ich ihnen ein besonderes schnäppchen in unserem showroom in empfingen und zwar eine garnitur namens 205 64 von willi schillig wird vertreiben über die kollektion interleaving dort nummer 4000 eine zweiteilige kombination mit socke das ist der socke in der longlife z 59 99 schwarz eine garnitur wo man richtig gut drin sitzt und zwar etwas softer weil hier ist eine profil matte so eine art flauschige matte oben auf den federkern aufgesetzt damit habe ich die ersten zwei drei zentimeter etwas weicher hier ist eine ausgeprägte rücken stütze und ich habe hier bei allen drehteilen eine raster verstellung bis zum hochlehn komfort etwas mehr sitz tiefe so dass ich bequem drin sitze etwas lümmelig drin sitze und eine super lange rekamiere ein long chair wo ich auch mal so liegen kann sogar zu zweit liegen kann viel platz also für sie das ganze ding ist ein kundenstorno das heißt der kunde hat bestellt und die gruppe dann nicht abgenommen warum auch immer nicht immer die besten schnäppchen weil die stücke frisch produziert wurden eingepackt und gar nicht das haus verließen die werkstatt verließen von willi schillig und dann direkt zu uns kamen im original verpackten zustand also auch gar nichts haben unbenutzt sind garnitur in der living 4000 in schwarz passt immer sie brauchen links also die lange seite 3 meter und 11 zentimeter und rechts also das land share 2 meter 5 wenn sie das haben und schwarz mögen und bequem lümmeln mögen dann ist in der living 4000 das richtige für sie für 2350 euro schnappen sie zu dankeschön und tschüss